Ich habe die Sitzung rausgehauen und werde in eine komplett neue gepackt, so ist es bei mir. Und dann kommt irgendwann mal später, oder nach einer gewissen Zeit werde ich dann in irgendeine andere Sitzung wieder reingepackt, aber so grundsätzlich bin ich immer irgendwo anders. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung warum. Also ich bin irgendwie nie so mit irgendeinem anderen Spieler zusammen. So was verstehe ich halt nicht. So, hier wenigstens mal Bronze erreichen, das wäre schön. Und zu unserer Linken sind wir eine Stadt.